Hallo Deutschland am Dienstag, herzlich willkommen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Berliner Polizei in einer Tiefkühltruhe die Leiche eines Rentners gefunden. Zehn Jahre lang lag sie dort. Ein 55-jähriger Mann soll den anderen Mann getötet haben. Jetzt befürchten die Ermittler, dass der Verdächtige noch einen weiteren Mord begangen hat. Das eiskalte Wasser macht sogar erfahrenen Rettungstauchern zu schaffen. Bei einem Unfall in Saarbrücken versuchen sie einen Mann aus seinem Auto zu bergen. Der 43-Jährige war in die Saar gefahren. Aber die Rettungstaucher müssen sich immer wieder abwechseln, weil ihre Muskeln bei den niedrigen Temperaturen versagen. Und das kostet wertvolle Zeit. Mitten in der Innenstadt von Reutlingen in Baden-Württemberg geht ein Mann mit einem Dönermesser auf eine Frau los und sticht brutal auf sie ein. Dann flüchtet er und verletzt fünf weitere Menschen. Seit heute steht der Mann vor Gericht. Im Münsterland will ein Lkw vermutlich wenden und kommt dabei an einem Bahnübergang auf die Schienen. Der Auflieger des Sattelzuges bleibt stecken und so rast eine Regionalbahn mitten in das Hindernis. Eigentlich sollten es idyllische Landschaftsaufnahmen aus der Luft werden und deswegen ist im oberfränkischen Hof eine Drohne unterwegs. Mit einer ferngesteuerten Kamera. Aber an einem historischen Turm erwischt die Drohne einen Graffiti-Sprayer beim Schmieren und der reagiert mehr als ungehalten. Gerhard Kieners. Dem ging es so wie wahrscheinlich vielen von uns gerade. Ein Infekt. Ab zum Arzt. Sonst fühlte er sich aber kerngesund. Keine Schmerzen, keine ernsten Beschwerden. Dann nach der Blutabnahme die erschütternde Diagnose. Blutkrebs. Und ohne Behandlung nur noch ein halbes Jahr zu leben. Jetzt hofft der 62-Jährige darauf, dass sein genetischer Zwilling gefunden wird. Ja und Gerhard Kieners Ziel ist es, in einem halben Jahr schon wieder auf dem Rhein zu sein. Also drücken wir die Daumen, dass sein genetischer Zwilling schnell gefunden werden kann. Schwere Unfälle bei eisigen Temperaturen und dann auch noch mitten auf einer Skipiste. Da können nur sie helfen, die Frauen und Männer von der Bergrettung. Bei ihren Einsätzen, da zählt jede Sekunde. Björn Boris und Henrik Vogel brauchen dabei Fingerspitzengefühl. Oft müssen sie die Schwerverletzten nämlich erstmal beruhigen. Und dann geht es mit dem Shidu, einem Motorschlitten, der ein bis zwei Personen transportieren kann, zum Helikopter. Sie sehen heute großartig aus und überhaupt sind Sie die besten Zuschauer der Welt. Genießen Sie diese Komplimente bitte und verteilen Sie sie auch direkt an Ihre Mitmenschen. Denn heute ist der internationale Tag der Komplimente. An diesem Tag verteilt man also Wertschätzung. Und wie sehr das mit dem Komplimente-Machen aber auch nach hinten losgehen kann. Das zeigt uns unsere blond nachgefragt Reporterin Konstanze Polaschek. Ja, das wird auch schön. Beim nächsten Beitrag sollte mein Mann bitte mal ganz genau aufpassen. Der ist nämlich auch Bartträger und hat gestern sogar mit der Bastelschere selbst dran rumgeschnitten. Das geht besser und auch gründlicher und vor allem schicker. Ja, beim Barbier. Vollbärte sind innen und gepflegte Bärte noch viel mehr. Und deswegen gibt es Läden, die sich auf raues Männerhaar spezialisiert haben. Aber es gibt ja einen neuen und morgen sehen Sie dann hier, wie es im neuen Laden so läuft und was es für Schwierigkeiten noch kurz vor der Eröffnung gibt. Und damit danke fürs Zugucken bei Leute. Heute geht es jetzt um die Oscar-Nominierung. Nach nur einem einzigen Spot geht es los. Viel Spaß bis morgen um 17.10 Uhr. Auf Wiedersehen.